Die Uptime beginnt. Willkommen bei GEMETZ TV, heute testen wir Beats the Beasts auf der VR 2. Viel Spaß. So. Okay. Das ist ein Musikspiel, so eine Art Beat Saber mäßig, nur Boxen halt. Und ja, das ist das Hauptmenü. So. Es gibt Arcade, täglicher Mix oder schnelle Reaktionen. Das sind Einstellungsstätze, ja. Sprache, Gerät, Zuschauer, Kamera. Ego heißt Keine. Das war's. Mein Profil. Rechtshändler. Wie ist die GEMETZ? Ja. Das ist so ganz gut. Habe ich gesehen, wie es ausschaut, dann machen wir das. Okay, das ist das Ganze. Wo gibt's Musik? Aha. Na ja. Also, wenn's ein Video einschaut hat. Dann ist das Video einschaut. So, müssen sie sich so hinstellen. Jetzt kommen die Kugeln, ah Kugeln, jetzt muss ich mit der Faust einfach, bam, 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 bam. Das ist ausweichen, oh, das war jetzt nichts. Wir briten auch, wenn das kommt, immer ausweicht, geil. Level ab, schlussend. Okay, jetzt haben wir mehr abgeschalten. Okay, na dann, let's go. Okay. Drowning in the lost emotion, crying like some kind of ocean from my eyes, but I got up out of the hopeless, yeah, I got over you last night. Okay. Wasn't it easy to believe I would be broken forever? Thought I would never see the light. You didn't need me, so I went looking for somebody better. Thought I'd be sadder, but I'm fine. Washing my tears away, I watched my heartbreak go down the drain. Hey, 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 hey Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020